Ich bin gestern so ausgerutscht, fast hingeknallt. Aber sonst hat das so geregnet. Ja, ist gut. Und da war so eine Plakatwand abgerissen. Weißt du, was an den Hauswänden immer kräht? So eine richtige Geschichte. Und die war so aufgeweicht. Der Leim? Ja, der Leim, genau. Der Leim war so weich. Und ich bin da fast hingeknallt, ey. Ja, jetzt mach ich noch mal. Soll ich hier die Dusche anziehen draußen? Oder meinst du, der ist noch zu warm? Der ist nicht zu warm. Das Rückenschwein ist total in die Kappe.